Hi, ich bin Nicole. Ich arbeite bei Ergo in der Digital Ventures und bin seit Oktober 2018 im Team mit dabei. Wir treiben die digitale Transformation der Ergo tatsächlich voran. Wir sind die, die quasi dieses Thema neu aufsetzen und das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich finde tatsächlich geil an meinem Job, dass es keine Blaupause dafür gibt, dass alles so spontan ist. Und deshalb denke ich eigentlich jeden Tag. Ich freue mich auf meine Kollegen und ich freue mich immer, wenn ich am Ende des Tages nach Hause gehe und das Gefühl habe, ich konnte jemanden für unser digitales Thema begeistern. Wir suchen auf jeden Fall spontane Leute. Wir suchen Leute, die auch gerne Englisch sprechen, auch mal eine Reisetätigkeit machen. Frauen sind gefragt an jeder Stelle. Meine Chefin zum Beispiel ist auch eine Frau, die das Thema verantwortet bei uns. In dem Bereich, in dem ich tätig bin, das sehe ich ja selber immer, gibt es auch total viele Freelancer. Aber ich finde meinen angestammten Hafen hier zu haben schon ganz schön und ich weiß einfach, hier kann ich immer wieder hin zurückkehren. Aber mir macht es natürlich gleichzeitig auch sehr viel Spaß, international tätig zu sein. Das muss ich schon sagen. Also ich mag diese Mischung aus beiden total. Ich bin sehr sicherheitsverliebt. Ich glaube, deswegen arbeite ich bei der Versicherung.